Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem vierten Teil, nee, gar nicht wahr, es ist mittlerweile sogar der fünfte Teil von Let's Play Necrovision. Wir sind immer noch im deutschen Bunker und ich fürchte, gleich wird es richtig rumpeln, wenn ihr euch erinnert von der letzten Episode. Da waren wir gerade in so einen Raum reingekommen und da wurde ein armer Kerl von riesigen Monstern zerquetscht. Ich denke, den werden wir jetzt den da ausmachen und ihn rächen. Dann lassen wir ihn jetzt rein, ein bisschen Zeug sammeln. So, Zeug Blaze, das nicht nach Vampire Artefakt. So, cool. Ich brauche noch dann, was ist das? Das ist natürlich auch interessant, so ein versteckten Raum. Und dann so ein Bewege, den man betätigen muss, dahin zu sehen. Ach Gott, was ist denn? Oh. Oh. Drück. Oh. Oh. Na! Na! Ich bin ja nicht nur die Kerne bis da hinten hinwerfen. Ach ja nicht. Ah, rote Meinlotsch ist aber was. Nein, ein Glück trifft man ihn überhaupt nicht, das sehe ich hier schon Aufgegangen, so stark wie ich hier gerade bin Ah, ist er ja... So, komm her Oh, oh, oh! Vielleicht ist es soweit Oh, die ist noch schnell weg hier Ja, das war dieser unverwundbare Zeitbluten-Modus Und wo wir jetzt wahrscheinlich gut wären Gut, die Mange hat gegenseitig fertig Schnell, schnell! Schnell, schnell! Ha, yeah! Mine now! So... Wir hoffen an, dass das jetzt alle waren, die uns hier... ...quer gekommen sind Schnell, schnell! Hier, da, bis hier... Okay... Das stich nicht So... Nein, das war ja nicht so gut ...schnell, schnell, schnell! ...schnell, schnell, schnell! Schlup-die-schnapf! Mhh, komm! Ach! Ich sollte aber erst mal nachladen, gut ja! Oh... Das ist eine Lacht. So, sie geht hier. So, mit... Heilung. Und dann über hier. Und ich glaube, das sieht aus, als ob es gleich endlich ist. Bis sie stoppen. Ah, shit! Earthquake? Kim all Spiders. Oh, ich hasse Spiele. So. 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 Aufzeich. Ganz schlecht. Oh, jetzt Minutionen alle. Nie schön. Ja, geht doch. Ja. Hier geht's weiter. Ich fand die Idee jetzt gar nicht so schlecht. Ich frag mich hier, wer das hier Rohr geschlossen hat. Ich glaub ich soll mal die Schrollblinte etwas aufsparen. Wird ich nicht noch benötigen. Wird steh ich? Hm. Oh! Oh! Ja! So. 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 Ja. Ja. Komm. Komm. Ja. 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 Komm. Jetzt aber. So. 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 Jetzt. Mal. Ich. Ich. So. 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 Oh. Und ab in den Fahrstuhl. Wir warten schon mal alles nach. So schon. Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Ich denke, dass er so einen Sklaven findet, ja, alle schön nach seinen Haufen. Hier wird aber sogar angelegen, ob die Miniaturischen. Aber machen wir es halt so. dann sieht's mal aus komm 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 ja wo sind denn die Lübacher Komische Ecke hier Ah, das war's wohl Boah, was macht der Zeit? Ich schieke die Hand, das kann ich So, jetzt werden die Kluge angehen und die alle mit einmal Wir springen Ja, aber die Kluge werden wahrscheinlich angelockt So Nice shot, but I still stand it So So Ich habe irgendwie Angst gespürt Ich habe irgendwie Angst gespürt für mich zu benutzen Der Zimmermann Typ Es scheint, dass er alle Antworten hat Ja Ich denke, machen wir hier wieder einen Cut Bietet sich gerade an Und dann geht's auch bald weiter mit den Let's Play Necrovision Ja 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 Ja